Paul versucht gerade einzuschlafen und dann passiert's. Paul schreckt hoch und sein Herz beginnt wild zu klopfen. Er kann sich schon denken, wer das ist. Draußen sitzt Kalle Komet in seiner feuerroten Rakete, die, wie immer, mitten in der Luft vor Pauls Fenster parkt. Hey Paul, alles rot da? Hast du einen neuen Fußballschlafanzug? Hm, den hab ich an, weil bei uns auf der Erde gerade Fußballmeisterschaft ist, antwortet Paul. So ein Zufall, die haben wir im Weltall auch, die Fußballmeisterschaft. Und heute geht's los, da fliegen wir jetzt zusammen hin, okay? Hallo, Kalle Komet und ich kommen wieder zu euch. Diesmal dürft ihr die Abenteuer von Paul und Kalle live bei den Brüdern Grimm-Fest spielen am 14. Juli 2024 miterleben. Wir lesen aus Kalle Komet und die Fußballmeisterschaft aus gegebenem Anlass und es wird eine Lesung für kleine und große Leute ab vier Jahren. Ich freue mich sehr auf euch.